Hallo Leute! Hallo! Da in der letzten Folge keine Stimme aufgenommen wurde, weil mein Fuß einfach so das Kade rausgerissen hat. Also, ähm, machen wir es nochmal von vorne. Und ich versuche jetzt erstmal, hier, mich zu heilen. Man kann so viele heilen. Ähm... Jetzt kann es rund gehen. Und wir machen nochmal gegen das Monster, das Vieh. Ja. Das Monstervieh. Oh Gott. Leonard. Verzeih mir. Fast hatte ich die Formel. Ich war so dicht dran. Äh? Und immer schön ins Licht, ne? So, der Arm ist weggesch... Es ist Licht! Oh Gott! Und weiter nach rechts, ja? Rechts! So. So. Wir müssen nämlich die tollen Tintop... Die tollen Ärmsteiger... Licht! Licht! Wo bist du? Licht! Ich will... Nein! Oh, Licht! Alter, wie knapp! Heile dich mal! Nein, muss ich da rein! Er hat mich erwischt! Oh Gott! Okay, ins Licht! Ins Licht! Hier, Licht! Schnell! Oh Gott, ich krieg immer so Panik, ne? Laufen! Achja, wir müssen ja laufen und so. Ähm... Wo ist denn der andere Arm? Wo bin ich denn? Hier! Wo bin ich denn? Hier! 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 Genau wie da! Ich muss mich da nicht mal... Licht! 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 Wo bist du denn? Licht! Komm her! Oh Gott! Wir müssen leer! Danke! Aber wir wollten ja nicht sterben! Ähm... Jetzt kommt der letzte Arm, ne? Ja, wo bist du? Ach, ich... Ich dachte ja, ich bin Josh! Ach, sie darf auch ruhig sterben! Das ist mir eigentlich scheißegal! Ich bin nicht fast tot! Mach ihn einfach tot! Ach, sietał Mom... Ach, sie Kathleen... Ach, wir schmieden! Ähm... Ach, sie dije, nacională... Leer, 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 leer. Leer, 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 leer. Was willst du von uns? Oh komm schon, Mann, Typi. Lass mich nach... Bringt das was? Oh Scheiße. Ey, ich bin tot. Ja, ist mir egal. Ich mach das jetzt zu Ende. Nein, ich... Ich speichere erstmal. Geht das? Geht nicht. Scheiße. Hallo, du Typi. Ey, du bist doch scheiße. Was willst du denn von uns? Was hast du gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Echt nicht? Ich wollte schon sagen. Ich bin ja ecklig. Oh nein, ich schmelze. Nein, ich geh einfach so in den Bach runter. Ich bin wach. Weiß ich auch nicht. Mama, hast du gar nichts gemacht? Ich bin tot. Da oben bin ich echt die einzige Überlebende, weil die anderen da unten bestimmt auch ertrunken sind. Oder sie sind in Lava gesprungen. Achso, der hatte noch Knochen da. Das sah einfach aus wie ein Schwabelfie, das rumschwappt. Egal, nein. Doch. Näh. Ach, scheiße. Ah, wenigstens, dein Leben noch. Und Josh ist tot, ne? Nee, da hab ich umgebracht. Ja, dann müsste jetzt eigentlich Josh lang gehen, aber er ist nicht da. Jetzt kriegen sie bestimmt noch Ärger, weil sie die Schule demoliert haben. Schulverweis und so. Ich glaub jetzt nicht, dass nur weil Lennart, Lenny, tot ist, dass hier jetzt alles irgendwie wieder normal wird. Bis lustig, wenn ich den Tisch jetzt ruhig, der richtig rein würden. Ja, ne? Das wär echt witzig. Ja. Wär's echt. Richtig lustig. Hm. Richtig witzig. Romantisch. Hm, ein bisschen. Ich find's echt noch romantisch. Tötig. Tötig. Oh, sie sind alle tot, bitte. Was? Achso. Kann man voll episch sehen. Das war unser Let's Play zu Obscure. Und es ist vorbei. Zum Glück. Und wir haben's auch endlich mal geschafft. Ja, wir sind so schlecht in diesem Spiel. Hey, es geht voll, ja? 3D-Artwork. 2D. 2D. Ähm, Tibu-Aug. T-B-Aug. Benjamin Blümchen. Du kleiner Elefant. Anthony. Anzunehmen? Das ist ein Lied. Ich glaub, das muss ich wegschmeißen. Wegschneiden muss ich das. Ja, wenn ihr ein Lied. La, la, la. Oder? Sing mal mit. Ist das ein deutsches Lied? Das ist ein deutsches Lied, Leute. Nein, bitte. Geht's. Oder irgendwie sowas. Warte, wenn wir das auch singen, ist es halt auch gesperrt. Nein, du kannst auch die ganze Zeit dazwischen reden. Dann ist es nicht mehr gesperrt, soweit ich weiß. Sag Sakura immer. Sakura. Spiel der Benjamin. Wuhu. Wir sind wieder hier. Oh, yeah. Warte. Was hier los ist? Wir sind wieder hier. Wir sind wieder hier. Dö, 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 dö. Scheiße, das muss ich wegschneiden. Kommt der los? Ja, ich denk schon. Nils gegen ihn. Berlin. Nienhagen, was? Überschlagen. Hoffnung ist grün. Mann. Yeah. Ihr müsst wohl abgehen, Alter. Was hier los ist? Was hier los ist? Wir sind wieder hier. Was hier los ist? Wir sind wieder hier. Okay, ich glaub, es reicht jetzt. Ja. Ich soll immer was zum Spiel sagen. Dieses Spiel hasst uns. Wir hassen es jetzt auch, obwohl ich es mag. Also ich fand es eben schon ganz lustig. Das ist eine Hassliebe. Ich fand das eigentlich schon ganz lustig. Aber nicht das Ende mit dem Wald. Der musste mir tausendmal lang gehen. Und sind dann verstorben, ey. Das geht gar nicht. Aber ansonsten, finde ich, ging es doch eigentlich ganz gut. Okay, mittendrin waren wir irgendwie auch die ganze Zeit tot, aber... Ihr hattet was zu lachen. Ja, ich hoffe doch. Und ihr könnt uns jetzt flamen und ganz viele Daumen runtergeben, wenn ihr uns hasst. Das kann ich mich voll verstehen. Nein. Ich liebe dich doch, Vanessa. Ja, ich dich auch. Musik ist cool. Oh, es kommt noch mehr. Ja, es haben ja auch viele Leute dieses Spiel gemacht. Das hängt nämlich an einem Spiel. Zum Beispiel an das hier. Achso. Warte, ich muss mir so kurz die Musik genau da hören oder so. Komm schon. Hallo? Ja, ich sag jetzt mal nicht welches Spiel. Es ist ein Online-Spiel mit Bäm, Bäm, Bäm. Oh, Level Up. Nein, kein Level Up, aber doch, auch mit Level Up. Ein bisschen anders. Hallo, Lia. Hallo, Vanessa. Na, irgendwas zum Spiel, bitte. Ja, hab ich doch schon. Ich find's gut, dass es Stan überlebt hat. Ja, das war mir ja klar. Und ja, ich hoffe, spielen wir jetzt eigentlich noch das Obscure 2 zusammen? Ja, das machen wir. Ja, dann freu ich mich. Auch wenn ich jetzt liebend gern was trinken würde. Mach doch. Hier sind wir trinken. Das soll ich ja sagen. Das wird für einen Schluck reichen. Siehst du behindert. Ich lau's nicht. Meinst du das nicht auch? Nein, ich kann nichts trinken. Lia, guck mir zu. Guck mich nicht an. Ich gucke gar nicht. Hallo, Leute, es reicht. Wo stehen unsere Namen? Wo stehen unsere Namen, ja? Die größten Felder aller Zeiten. Oh, da bin ich ja. Sebastian. Und? Ja, da stehen ja unsere Namen. Spielverkehr... Ja, was ist denn jetzt hier los? Was ist denn jetzt hier los? Ich war hier erfolgreich. Ach, scheiße, nein, jetzt wollte ich doch gar nicht. Jetzt will ich nochmal spielen. Was? Was ist das? Ende des Spiels. Nee, ihr könnt mich machen. Ähm, was ist denn das Lieder? Sind das Lieder? Ja, weiß nicht. Ja, ähm, das Lied am Anfang. Ähm, welches beim Intro war das? Das war das hier. Das kann ich nicht aussprechen. Oder ist das da? Nee, das war das hier, ne? Ja, ich glaube. Das war das hier beim Intro? Das muss ich ja ausschneiden. Ja. Wir können neue Outfits machen. Boah, ist ja geil. Ist ja cool. Ist ja cool. Ja, Wahnsinn. Ein Outfit für Kenny. Was ist das? Wie die einfach wollen, dass wir das nochmal spielen. Du hast die Laserfizile freigeschaltet. Was ist das hier? Ja, was ist das hier? Möken auf. Hinter den Kulissen? Soll ich draufklicken? Ja, hinter den Kulissen. Oh Gott, ich hab Angst. Was ist denn hinter den Kulissen von dem Spiel? Da ist bestimmt ganz viel Eistee und... Was wollt ihr denn jetzt? Oh mein Gott. Menschen. Menschen, geht weg! Oh Gott. Was ist das Dingens? Ich hab voll oft Angst vor Menschen. Oh, siehst du? Deswegen. Ach, die. Ähm, das ist... Der Charakter war nicht im Spiel. Oder soll das Stan sein? All das sind so sexy Hasen. Making of... First War. Oh, guck mal, da ist... Oh mein, was ist das? Stan! Stan! Du bist doch kein Stan. Hallo? Nee, jetzt mag ich Stan auch nicht mehr. Nee, ne? Hm. Oh mein Gott, ein Krippel. Mr. Lover Lover. Lauf, Stan! Gott. Das ist so interessant. Stan! Darf ich euch schlagen? Weil dieses Spiel ist böse. Oh, voll geil, wie das entstanden ist. Es interessiert mich eigentlich, aber... Wie die das so gezeichnet haben und so. Voll cool. Also, ein fettes Lob an euch. Ey, die mögen Stan wohl sehr, ne? Ja. Die wollen ihn bestimmt tot sehen. Mit einer Taschenlampe, ey, bist du doof. Ich töte dich mit meiner Taschenlampe. Bestimmt, ist das Ding gleich tot. Was war das denn jetzt? Krabbe. Rein. Oh, guck mal, da ist er hinten an der... Oh, da hat er so viel cooles gemacht. Oh mein, das ist so spannend. Ja. Hallo, Leute. Stan! Ich möchte auch mal ein Spiel entwickeln. Da, diese Stelle ist scheiße. Das ist echt wie das Dennis, das Ashley. Ja. Ja. Wer dreht sich so ein Ding? Und dann hab ich das rot gemacht, obwohl es grün viel besser aussieht. Das sagst du nur, weil du auf grün stehst. Ja, das weißt du doch. Ja. Ich weiß nicht, die haben das Ende auch gehasst. Ach, wie das aussieht. Ja, Leute, reicht das jetzt mal? Kannst du wegkommen? Nein, das gehört zum Spiel. Und es ist auch ein... Ah, hast du das gehört? Mein Haar hat geknackt. Knack. Dann hab ich ja auch nochmal. Ach, Gott, mein Ohr. Ja. Oh, nee. Oh, Mann. Oh, Mann. Aua. Au. Das war mein Haar. Das war mein Haar. Oh, Gott, Herbert. Herbert. Friedman. Oh, Gott, sie hasst ihn nur wirklich. Was macht sie denn da? Hallo? Ach so, das ist, ähm, Lennart oder so. Ja, sind ja beides Herbert und Lennart sind ja eins. Sie sind Personen, das sind ja Zwillinge. Lenni. Oh, ich bin so begeistert von dem Spiel. Oh, ich bin tot. Oh, Mann, oh. Siehst du, da regt sich auch schon richtig auf. Der ist bestimmt auch schon tausendmal gestorben. Game of... Ja, das hatte ich. Das haben wir noch gar nicht gesehen, oder? Acta est Fabula. Genau. Was heißt das auf einer anderen Sprache? Das Spiel ist zu Ende. Wow. Wuhu. Okay. Dann sagen wir jetzt, das war unser tolles Scheiß-Let's-Play zu Obscure. Und wir werden wahrscheinlich bald Obscure 2 play, ne? Ja. Ja, also dann sagen wir immer, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich winke und sie winkt jetzt auch. Ja, tschüss. Winken. Winken. Wann hört ihr? Armband. Okay, dann tschüss. Tschüss. Winken. Winken. Vielen Dank.